Dort hinten wurde ich eingeladen, das Liestlachien zu besen. Das ist ein Vorfasnachtsbruch. Es ist unglaublich. Wenn ihr das einmal könnt, dann müsst ihr das einmal anschauen. Da ziehen mutige Männer, und ich war einer von denen, brennende Wegen durchs Städtchen. Also das Liestl ist dann voll Leute. Man sieht das sehr schön. Es sind etwa 10'000 Leute in diesem Städtchen. Und die ziehen dann abends brennende Wegen. Das hat so von einem Wagen 6 Tonnen Holz. Ein riesiges Feuer. Sie ziehen das durch den Städtchen durch. Und es ist mörderisch heiss. Es ist extrem archaisch. Es hat 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Also sämtliche Feuerwehren vom Oberbaselbiet sind dort an dem Oben im Städtchen. Und haben eine Heidenfreude an dem Feuer, weil es wirklich einmal etwas brennt. Und dann ziehen die Schleuch durchs ganze Städtchen. Und man zieht den Wagen durch das alte Türchen durch. Mit dem Feuer. Ja, ich kann natürlich zum Schloss erzählen. Jedes Mal, wenn wir mit Mutti und mit Vati auf Bordlöf zurück sind. Weil Mutti und Vati sind von Bordlöf. Und jedes Mal, wenn wir von Hasli Rüegsau, Rüegsau Schachen, wie an Oberburg auf Bordlöf zugefahren sind. Früher. Immer an der Solette. Das ist das grosse, feste Bordlöf. Und nachher ... Jetzt habe ich gerade Augawasser. Nachher auf dem Schloss oben die Fahnen rausgehangen zu ziehen. Die Mutti musste immer prügen. Und wir als Kind wussten nicht, warum. Ist das so verrückt? Ist das nicht so ein altes Schloss mit Fahnen dran? Aber mein Vater hat meine Mutter eigentlich in Burgdorf 1979 entwurzelt und ist ausgewandert in Kanto Zug. Rein aus beruflichen Gründen. Und ... Seitdem bin ich dort. Und ich kann es besser. Meine Mutter spricht heute noch, wie vor 40 Jahren, immer noch total rein Berndeutsch. Sie regt sich manchmal auf, dass sie Schrank sagt und nicht mehr schafft. Denn auf Berndeutsch ist ein Schrank, ein Schaft. Ja, muss ja. Aber wenn ich mit meinen Brüten z.B. oder mit Mutti und Vati oder mit den Verwandten aus dem Kanton Bern reden, dann immer Berndeutsch. Als Jugendlicher, als du aufgewachsen bist, wenn du so Foto siehst wie hier, was ... Was war das für eine Zeit für dich? Wenn du zurückdenkst, hast du schon immer das Fäbel für Radio, für moderieren, für deine Szenen setzen, hast du sehr aufmerksam beobachtet, was auf der Welt passiert ist und dann mit deinen Kollegen und Freunden etwas teilt? Wie war das bei dir? 14? Ja, 15 wahrscheinlich. Das war das Gargassonne auf der Burgmour. Das waren Ferien mit meinen Eltern. Im Herbst. Wir sind auf Südfrankreich und haben für 14 Tage eine Wohnung gemietet. In der Zwischensaison sind dort runtergekommen und dann waren noch die dreckigen Pfannen der Vormieter im Brünnli. Meine Mutter ist der Laden gerade runter, meinem jüngeren Bruder auch. Mein Vater und ich fanden, so schlimm ist es doch nicht. Wir sind zusammen zu Nacht essen. Meine Mutter konnte nur ein Tomatensäppchen essen und hat uns eigentlich die ersten drei Tage von diesen Ferien vermiesen. Das zeigt das Bild, glaube ich, exemplarisch. Du bist glücklich auf dem Bild? Ja, nicht wirklich. Nein. Das ist so ein bisschen Bibeli, Jugendjahr, so pubertierend. Ich habe mich gerne in Szene gesetzt. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Aber immer so mit anderen zusammen in einem Ensemble. Ich war jetzt nicht der Klasse gelohnt. Aber ich hatte ein Fäbel für Stimmen, für das Radio. Ich war am liebsten krank zu Hause und habe von morgen früh bis abends spät die DRS 1, Ueli Beck und Konsorten gehört. Hast du damals gesagt, Christoph Schweigler hast du doch auch gehört? Christoph Schweigler hatte ich auch einmal gehört. Ich hatte immer noch eine große Klasse. Genau, liebe Country-Frienden. Natürlich, mit der Stimme. Ich habe viel Musik gemacht. Ich habe Querflöten gespielt. Ich habe so Leute bewundert, die so etwas machen konnten und das zum Beruf konnten. Ich glaube, der Berufswunsch kam etwas später. Ich hatte das Gefühl, ich müsse etwas recht machen. Ich war der erste in der Familie, die Matura gemacht hat. Das gab noch einmal meine Gotten, aber er war gerade fertig. Die hat Jus studiert. Ich habe auch Jus studiert, weil ich das Gefühl hatte, es gäbe nichts anderes als das. Aber nicht allzu lange. Mal eingeschrieben, aber ich studierte nicht so lange. In dieser Phase ... Wie war das als Teenie in den 80er Jahren? So etwas suchend. Und ja ... Das sind ja Grossfamilien. Einfach ein wenig so. Ich weiss nicht, ob du das weisst, aber ich habe alle deine verschallene Brüder entdeckt in meiner Recherche. Das ist verblüffend, meine Damen und Herren. Er weiss nicht verschollen. Er weiss es noch nicht. Aber ich zeige ihm jetzt den verschallenen Zwillingsbruder, der wahrscheinlich bei der Geburt irgendetwas dort passiert ist. Achtung! Ich muss nur noch kurz die Fans retten. Tim Benzko! Hallo! Die Ähnlichkeit ist ja Wahnsinn! Und nicht nur das. Wir haben ja heute einen grossartigen Musikgast. Und ich denke irgendwann mal durch. Damien, der hat etwas von euch zu weinen. Oder? Die drei Musketiere. Es ist auch der Abend, wo ich mich oute. Ich war natürlich auch ein Teil dieser Fab Four. Und das waren wir, als wir unsere erste Teenie-Band gründeten. I'll never break your heart. I'll never make you cry. I'd rather die. Zwanzig. Mit planten Haaren. Das war der Unterschied. Du sahst mit zwanzig schon mörderisch aus. Früher konnte man noch nicht ins Radiostudio reinschauen. Durch Webcams und so weiter. Das finde ich nicht immer lese. Es nahm mir den Zauber am Radio. Morgen um 11 Uhr komme ich dort hin und treffe mich mit den Leuten, die auch schon am Morgen dort waren. Dann werden Themen besprochen. Dann geht man dort hin. Das Verrückte ist, vier Stunden später zusammen auf Sendung. und man hat zusammen etwas gemacht. Es ist eine tolle Zeit. Ich kann zwischen vier und acht senden. Das ist dann, wie die Leute im Auto ... Oh Gott sei Dank, kommt der Jingli. ... auf dem Heimweg sind. Man kann den Tag passieren lassen. Und es ist eine unzwungene Möglichkeit, kreativ miteinander etwas zu gestalten. Das schätze ich. Im Vergleich zum Fernsehen. Es hat eine viel grössere Wirkung, eine viel grössere Ausstrahlung. Aber es ist auch viel, viel, viel aufwendiger. Ich komme zu einem Projekt, das du unter anderem mit den grossartigen Moderatoren tragen seit ein paar Jahren, das jeder Rappen zählt. Auch schon hier in Luzern, gerade beim KKL auf der anderen Seite. Ihr sammelt dort ... Ah! Ihr sammelt dort Geld auf so eine schöne Art, wie ich es eigentlich in der Schweiz noch nie erlebt habe, dass ein Radio so einen Power hat und ganze Schulklassen mit den Zeugen anreisen, dass die Kinder ihre Kesseln lehren und euch unterstützen. Da sieht man dich vorne ein paar Jahre. Ohne Bart, die der Vermütter in Not gesammelt haben. Hier gerade ein aktuelles Bild bei Philipp Gäber, wo die Familie auf der Flucht Geld gesammelt haben. Das ist schon sehr beeindruckend. Ist das Gerücht wahr, dass du einmal ein paar Kilo abgenommen hast in dieser Glasbox? Warum war das? Ich nehme jedes Mal, wenn ich in dieser Box bin oder bis jetzt um 4 Kilo ab? Innerhalb dieser Woche. Es ist vor den Festtagen ideal. Darum mache ich es auch. Es ist so. Es ist ... Ich muss es immer wieder etwas erklären. Wir haben dieses Jahr gar nicht mehr gross kommuniziert. Die Geschichte ist, dass «Jeder Appenzelt» im Original «Serious Request» heisst und kommt aus Holland. Als sie das angefangen haben, vor zehn Jahren, zum ersten Mal, haben sie gegen Hunger auf der Welt gekämpft und Geld gesammelt und haben das Projekt so gestartet. Und weil sie damals gefunden haben, wir könnten nicht in dieser Box essen, wenn wir den Hunger bekämpfen wollen, wäre das ein falsches Zeichen, haben sie gesagt, gut, aus dramaturgischen Gründen ist es doch auch spannend, wenn die drei Moderatoren in dieser Box nichts essen. Dass man für Sachen, für sogenannte stille Katastrophen sammelt, Sachen, die nicht gerade akut sind. Jetzt im Fall von Familien auf der Flucht sind wir leider von der Aktualität, was Syrien anbelangt, dann wurde eingeholt. Darum hatte es eine Brisanz in diesem Jahr. Aber das Nicht-Essen kommt aus historisch bedingt. Wir haben das von Anfang an eigentlich so gehalten. Dazu kommt, dass wir in dieser Box nicht Zeit haben zum Essen. Also du kannst gerade mal ein paar Stunden schlafen und in dieser Box eine Pizza abstellen, das macht keinen Fall. Ich will nicht, dass wir die Schweizer beim Essen zuschauen. Das kann auch das Kaffee legen. Der, der dort eine Pizza gebracht hat, ist ein Millionär geworden. Wir ernähren uns nicht ganz nicht, sondern wir nehmen Fruchttrinks und etwa eine Hafer-Schleim-Suppe. Wie kommt das dazu, dass du dich für so ein Projekt interessierst, stark machst, auch dort runtergereist bist mit deiner lieben Frau Carla? Hast du uns ein bisschen darüber erzählen, weil ich finde das höchst spannend, dass man sieht, welches Gebiet das ist? Solidarmid ist in fünf Ländern im südlichen Afrika tätig. Und das Luzern zu Hause. Da ist der Hauptsitz, oder einfach der Sitz von Solidarmid. Solidarmid ist eine kleine Organisation. Das macht es aus, es ist für mich der Friendly Rebel, das versuche ich auch im Leben zu sein. Eine Rock'n'Roll-Organisation. Sie sind Mediziner. Und was einfach das Faszinierende ist, man arbeitet nicht mit Ärzten, die Lust haben auf Abenteuer und schickt sie auf Afrika und gehen dort unten impfen und ihnen helfen. Sondern... Solidarmid ist eigentlich so etwas wie eine Beraterfirma, eine Consultingfirma für die Regierungen im Gesundheitswesen. Es gibt Menschen, die aus Europa kommen oder aus Amerika, die Solidarmid anstellen, die einen medizinischen Background haben, die diese Leute dort runter schicken. Die sind dann an einem Ort vor Ort und meistens in der Nähe eines Spitals. Und es geht um Access, die Versorgung. Afrika hat Medikamente. Das ist heute nicht mehr so ein Problem. Auch die Pharmaindustrie hat das Problem erkannt, dass sie mit dem auch Goodwill arbeiten können. Dass Afrika genauso ein Anrecht hat auf eine medizinische Versorgung wie der Westen auch. Dass das nötig ist, wenn die Menschen gesund sind, dass sie auch Energie haben, für alles andere aufzubauen können. Solange man Angst haben muss, wenn man ein Kind auf die Welt stellt, dass es die ersten fünf Jahre nicht überlebt, weil es einfach in 30% der Fälle immer noch so ist, kann man nicht vorwärtsdenken, keine Zukunft aufbauen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, aber ich glaube, ich bin nicht der gute Mensch, der dort runter geht und kleine Kinder streicheln und auch die Öle verteilen. Sondern ich gehe das runter anschauen. Wir gehen alle zwei Jahre mal Projekte anschauen und meine Aufgabe, das ist Lesotho übrigens, das oben noch 100%ig mit den runden Schneehäusern. Und ich habe die spannendsten, eindrücklichsten Leute getroffen, die so aufgewachsen sind und nachher den Weg gemacht haben in die Public Health. Und jetzt für ihre Leute das Wichtige ist, die Leute, die in diesen Ländern aufwachsen, schulen können, dass sie nicht weggehen und das Gefühl haben, dass sie irgendein Ort auf der Welt ein besseres Leben haben, sondern dass man die Leute dort unten behalten kann und dass sie für ihr Land und für ihre Bevölkerung sorgen können. Solidarmid macht das auf eine sehr lässige, unkomplizierte Art und Weise. Alles hat angefangen mit jeder Rappenzelt. Im ersten Jahr bin ich auf Mosambik, habe dort die Projekte von Solidarmid besucht. Sie sind nachträglich auf mich zugekommen mit Benji Gross, ist auch ein Luzerner, wer der Kulturszene ist, kennt ihn. Und, äh, sie machen es einfach auf so eine angenehme Art, dass ich finde, dort kann ich Hilfe. Wir haben null Vertrag. Und ich schaue, dass ich irgendwo ein Netzwerk hinten dran kann. Sie machen dann mit uns immer wieder so diese eindrücklichen Reisen. Und diesen November sind Carla und ich zum ersten Mal miteinander auf Lesotho. Das ist ... jöö. Was für ein Privileg möchte ich sagen. Es ist wunderschön, dass Sie das erleben dürfen. Damit wird es doch extrem verbunden. Es war eine Organisation für die Familie, aber es war ein Riesenerlebnis, dass man ein Heiler war. Er hat einen traditionellen Heiler. Es geht nicht darum, dass man sagt, dass man einen Zäpfchen und die Wurzeln wegwinnt. Dass solche Dinge über Generationen wachsen sind und dass man versucht, alles von diesen Welten irgendwo miteinander zu verknüpfen. Ohne Anspruch, dass das, was wir aus dem Westen bringen, besser ist. Das ist ein toller Ansatz. Und so, finde ich, muss Hilfe auch gehen. Und nicht Hilfe zum Selbstzweck, dass man sagt, man hat etwas Gutes getan, ich kann es meinen Kollegen erzählen, sondern einfach, dass man etwas teilen kann. Und ich glaube, es ist auch für das, was jeder Rappen zählt, ausmacht. Wir haben eine neue Kultur des Teilen etablieren können, dass es richtig Spass machen kann. Ich glaube, das macht dich auch sehr authentisch. Und dafür, finde ich, hast du ganz bestimmt viele Fans, viele Leute, die dich bewundern, was du machst. Ich glaube, deine Bescheidenheit ist das, was man sagen kann, was ich in diesem Gespräch heraus spüre. Das zeichnet dich wirklich aus. Und grossartig, danke, dass du uns noch ein Teil hast. Ein Abschlussbild, wunderschön, oder? Schönen an diesem Tag ist, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nicht die Gelegenheit ergreifen, dann sind Sie wirklich selber schuld. Aber man kann unsere Stasse, oder auch mich, oder Damien, etwas fragen. Und ich ziehe jetzt einfach mal ein willkürliches Kärtchen. Und da will jemand wissen, ohne Namen, was war der schlimmste Moment bei Ihnen in einer Live-Fernsehsendung? Das war das Finale der Lampfrauenküche vor etwa drei Jahren, als ich die falsche Frau ausscheiden lasse. Beziehungsweise die falsche Frau lasse weiterkommen, weil man mir das falsche Couvert gegeben hat. Das war in einer Live-Sendung. Und dann habe ich die zu Hause geschickt und die andere weiterkommen lassen. Das war immer ein Scope-System. Und dann kam ein Einspielfilm und dann ist der Produzent plötzlich neben mir gestanden. Und das ist sehr aussergewöhnlich in einer Live-Sendung, weil der im Regiewagen zu sitzen und nicht bei mir auf dem Set zu sein. Und dann habe ich das Bild gewusst, das passt nicht, irgendetwas stimmt nicht. Ah ja genau, du solltest nicht da sein. Was ist es eigentlich? Dann sagt er, das war ein Ost-Sweizer, die falsche, die falsche, die falsche! Er konnte sich ja in der krisenkommunikation nicht geschult sein. Er hatte ja ein normales Gabi-Machen oder A, B, C, Atmet, Blutet und Cardio und so. Die falsche, die falsche, die falsche! Und der Film, die Aufnahmeleiterin, sagte, 10 Sekunden. Und ich dachte, shit, was ist die falsche? Die falsche, du musst die anderen weiterlassen lassen! So, und der Applaus kam, und dann kam die Kamera in Rotlicht. Genau. Dann musste ich noch fünf Meter laufen. Und die Ladfrauen sind dort schon wieder erwartungsvoll in ihren Trachten und Schäubchen in der Küche gestanden. Und haben Knöpfchen parat gemacht und Fleischvögel oder weiss ich was. Und dann musste ich sagen, es ist ein Fehler passiert. Ich wusste, es ist nicht mein Fehler, das hätte geholfen. Dann musste ich einfach gerade raus sagen, wie es ist. Im Fernsehen? Ich bin es nicht. Nein. Nein, nicht so. Sorry, sorry, sorry. Und dann habe ich den Produzent mit Namen genannt. Nein, natürlich. Und dann habe ich für mich ... Das ist dann noch cool. Das wünscht man sich als Moderator, solche Sachen. Denn dann kannst du entweder total versagen oder du kannst es so machen, dass man am nächsten Tag noch darüber redet. Und Gott sei Dank ist dann irgendwie ein zweiter eingetroffen. Ich habe dann alle zusammen eingeladen für Wellness-Ferien. Und denen, die den anderen noch ein Wochenende dazugegeben haben, habe ich dann alles entschieden. Ich wusste, die kochen jetzt in der Regie. Die sehen die Kosten, oder? Die gesamte Jahresgase verlierst du für die Landfrauen aus, damit es ein paar schöne Gäste kommen könnte. Ja, so. Auf dem Sender müssen wir jetzt einfach charmant gewinnen. Das ist mir egal, wie man das finanziert und funktioniert. Und das ist ein Blutschwitz-Moment. Das gibt es schon. Im Radio habe ich mal den Falsch sterben lassen. Da habe ich ... Da ist der Valolüend ... Ähm ... Jetzt muss ich aufpassen. Der Inigo Gallo ist gestorben. Und ... Es war am Samstagmorgen im Radio und ich besprach mich mit einem Produzent und sagte, du, Inigo Gallo ist gestorben, wem könnten wir anrufen? Und dann sind wir alle so ein bisschen Valolüend. Wem Valolüend könnten wir anrufen? Komm, wir läuten. Ist langweilig. Ich bin Gott begrenzt. Weißt du? Komm, wir läuten an Valolüend an. Weil der Inigo Gallo ist gestorben. Und dann habe ich ... Mach weiter, das ist gut. Und dann haben wir gesagt, Valolüend, Valolüend, Valolüend. Komm, wir läuten an Valolüend an. Der Valo, der Valo, der Valo ist immer ein Valolüend. Noch zehn Sekunden, ich gehe auf den Sender, ich sage es, was passiert ist. SRF 3 ist zehn Minuten ab acht. Und dann hat uns heute eine traurige Mitteilung erreicht. Der Valolüend ist gestorben. Ja, der war ein Alter draussen. Und dann ... Nein, 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 nein! Der Falsch! 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 Ab und zu ab und zu mal einen Saal. Das war sympathisch. Hat er etwas von Nick Hartmann oder ist das rein zufällig? Es ist so, dass er im Original einen schwedisch-norwegisch-englischen Akzent hat. Ja, so, so, so. So unterreden, auf Englisch. Und dann haben sie für die deutsche Version jemanden gesucht mit einem Bergler-Akzent. Und das war für die Deutschen natürlich der Schweizer, der ein bisschen so ... Grüezi, hallo zusammen! Ich habe die Folge, Entschuldigung, ist die Stimme schnell, ja, rüber zu. Mit einem bekannten oder Schweizer Akzent Hochdeutsch rät. Und dann habe ich ein Mail bekommen von Absender, ein Studio Deutschlands, ein Synchronstudio. Der Film ist Ende November letztes Jahr, also 2013. Und ich habe im August eine Mail bekommen und dachte, das kann gar nicht sein, eine Synchronstimme. Und dann haben wir das ein wenig abgeklärt, zusammen mit der Agentur, die mich betreut. Und dann kamen die zum Schluss, doch, es ist wirklich Disney. Und das ist ein richtiges Film, der in die Kinos kommt. Und dann bin ich zwei Tage auf Deutschland, das aufzuzeigen. Und das ist ein super, super Geschick. Ja, meine beiden wunderbaren Gäste. Nick, das ist extra für dich. Im Hintergrund ein bisschen Sonnenuntergang. Danke vielmals, dass du da warst. Weiterhin, Hals und Bein auf deinen Wanderungen, dass du immer wieder gesund oben runterkommst. Danke für deine Lebensgeschichten. Danke, Damien Linn. Weiterhin viel Erfolg. Das ist euer Applaus, Nick Hartmann. Damien Linn! Danke, Damien Linn!